Ich male auf eine Rauphasertapete, es wird schön. Es geht weiter mit der Mission Powerpuff Boys und wir mussten erstmal die Farbe testen. Das hat dann auch alles so gepasst, deswegen haben wir, ähm, ich, dann die Wand bemalen. Ken hat ein bisschen K-Pop getanzt. Aber ich hab ihm dann noch eine Aufgabe gegeben und ich war sehr stolz auf ihn. Bei den Details war ich dann aber wieder dran. Ich liebe es einfach ab und zu so Drips bei meinen Bildern zu integrieren. Das hat auf jeden Fall das Ganze viel aufregender gemacht. Während ich gemalt habe, hat Ken uns einfach einen Black-Pink-Drink gemacht. Ohne Spaß, der war echt lecker. Ratet mal bitte, wie lange wir für dieses Projekt einfach gebraucht haben. Und hier seht ihr mal, wie scheiße es ist, auf einer Rauphasertapete zu malen. Die ist nämlich so körnig und die Linien werden halt einfach nicht gerade. Ich hab's aber jetzt hinbekommen und ich bin stolz, dass wir's endlich fertig haben. Wie findet ihr's?